Huch? Mama über Nacht? Nein, Quatsch. YouTube-Queen Bibi Heinecke hat sich für ihre Follower nur etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Heute gibt es mal von mir ein Video, was wirklich einfach mal was komplett anderes ist. Und zwar sozusagen ein Muttertest, ob ich schon bereit wäre für ein Baby oder für ein kleines Kind. Die Blondine leiht sich für einen Tag den anderthalbjährigen Sohn von einer Freundin und übt die Elternrolle. Und, wie klappt es so? Ich werde noch nicht ganz akzeptiert. Doch nach ersten Anlaufschwierigkeiten taut der kleine Mann auf und möchte gar nicht mehr runter von Bibis Arm. Und was sagt die Mama auf Probe? Ist bald Nachwuchs geplant? In jedem Fall echt super viel Spaß gemacht. Ich fühle mich definitiv nicht bereit, jetzt Mutter zu werden. Das ist so anstrengend. Der hat einfach so viel Unordnung gemacht. Schade eigentlich. Bibis Fans zeigen sich total begeistert von der Mama auf Probe. Julian und Bibi wären gute Eltern. Der kleine Junge ist so süß. Ihr wärt voll die süßen Traumeltern. Ich finde, du wärst eine süße Mami. Na, ein bisschen müssen sich Bibis Follower wohl noch auf YouTube-Nachwuchs gedulden. Auch auf denrutend. Ja, ein bisschen slots. N